Heute neuer Vlog. Du musst lauter reden. Ja! Mit dabei die Jungs. Moritz mit dabei. Yusuf mit dabei. Alex mit dabei. Jan mit dabei. Hinter der Kamera ist noch Jonas. Schaut aus wie ein Hurensohn, aber egal. Dann Lennart noch mit dabei. Dennis der Behinderte. Dennis war gerade auf dem FIFA-Tor. Mit dem Abi da. Weiß ich nicht, ob mich da wer hoch bekommt. Muss nicht sein, Digga. Am Ende ist meine Leber oben irgendwo im Gehirn. Hä? Wird ein guter Tag, oder? Wir freuen uns. Ich hab Bock, ich hab nicht Bock. Ich frag nur ungern, aber wie war die Holzachterbahn, Max? Und meine Kniescheiben sind beide ausgelistet. Sag ein extra zu. Ich hab Bock. Ich hab Rücken. Wir haben alle Rückenschmerzen. Lustig war's. Ich bin auf einmal so mit meinem Kopf da hinten gegengeschlagen. Nassers, jetzt oder was? Ja. Ich wollt mich jetzt eigentlich in die Bullen-Kutsche reingesetzen und einmal ein bisschen Dominanz zeigen. Nein, die war gerade noch offen. Oh mein Gott, das ist so blamiert. Wow. Schau. 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 Schau doch vorher, was ich kauf. Und dann geb ich ja nicht mein ganzes Budget für ein Baguette. Ach, hi. Dann geb ich ja nicht das ganze Geld fürs Baguette aus. Und dann hätte die Alte mir wenigstens noch ein kleines Getränk spendieren können. Nein, die hatte da keinen Handlungsspielraum. Scheißladen. Schmeckt ihr deshalb? Ja. Ich hab mein eigenes Wasser dabei. Salz und Pfeffer. Mmh, Salz und Pfeffer. Mmh, Salz und Pfeffer. Mmh, Salz und Pfeffer. Mmh, Salz und Pfeffer. Wie schmeckt's dir? In Ordnung. Waren anstatt 30 nur 29 Zentimeter. Ich hab ein Maßband dabei gehabt. Wie gefallen hier die 30 Zentimeter so von der Länge? Kannst nicht mit aus. Nom nom nom. Wir gehen jetzt nach Hause, glaub ich. Ich geb euch nur mal so einen guten Tipp, ne? Trinkt niemals zu viel. Zu viel trinken würde uns niemals einfallen. Ich geh jetzt zurück. Dennis, die da. Der grüße. Ich hab ein Foto mit. Guck mal. Ihr wart im Club? Safe. Wie war das Movie-Park-Erlebnis? War gut. War gut. Da schwer kann ich empfehlen, die letzte Bahn zu nehmen. Am Aufpassen nicht zu viel, sonst endet das wie bei unserem Monte Nudel-Auflauf. Max, du schmeißt doch alles daneben. Der ist schon ehemals viel. Die habe ich gerade auch. Die guten Freakas. Aber man braucht ja auch eine Grundlage. Wo gehen wir heute? Im Club. Was ist klar? Bist du heiß? Das ist ja. Das ist ja. Hier? Das sind die Kopfschneider heute. Heute wird auch mal spontan gekocht. Vor dem Club. Soll ich mal so einfüllen eigentlich. Dicke im Arsch. Dicke. Bist du verarscht? Ich dachte, das ist jemand anders. Sind die auch mal gekocht? Um die zwei. Boah, ist das falsch? Das ist hier eine Hitze. Aber du meinten, irgendwie hübsch. Hübsch. Das ist aber scheiße. Parapolion. Nicht zu mir leid. Nicht zu mir leid. Soll ich nach zwei Millionen Hauptstunden. Gibt die Sonne schon übergelaufen. Oh je. Jen. Hi. Alle machen scheiße. Ich mach was ich will. Komm mal raus. Ich seh hier gar nichts weg damit. Max? Die verklangen bei ihm. Die verklangen bei ihm. Celine. Celine. Zeig mal deine Kontaktnaten bitte. Das wussten wir das aus. Boah. Wie viel ist dein Auto mehr? Bahn leider verpasst. Jetzt warten wir hier noch. Egal, gute Stimmung. Gleich geht's los. Celine. Wir stehen jetzt in dem Club. Wie bitte? Wir stehen in der Schlange. Ja. Wir stehen in dem Club. Wir sind noch ein ganzes Stück vor uns. Aber ja. Für das macht man das ja. Ja, ja. Wir sind jetzt hier an der Garderobe. Wäre natürlich doof, wenn die scheiß Garderobe jetzt voll wäre. Da ist der Matzi. Alter, fresse. Rette, du. Billiger Hause. Lennart. Aber guck mal. Super. Aber guck mal. Aber guck mal. depositier bei schierкой Julio Derweiler zu. Leser ponelle koche hochçu, Steine die Ball SelfAch zu start. Man, ganz w jobb ich keine laid puesto. Ne,�� Körger. Wоче lang, 2.시, Ayo, Roshien. Space Cadet, we're this smells. Ayo, Roshien. Das war's für heute. Das war's für heute.